Wir sind heute zu Gast in der Volksschule Brandorgasse im 22. Bezirk und wir stellen Ihnen heute den Stocksport vor. Dieser Stocksport wird präsentiert von den Kindern einer Sportklasse und heute ihr Können unter Beweis stellen. Wiener und Wienerinnen können natürlich den Stocksport ausprobieren. Auf diese Sporthalle kann gemietet werden und steht somit den Wienern und Wienerinnen zur Verfügung. Hier in der Donnerstadt, in der Volksschule Brandorgasse, betreiben wir seit einem Jahr Stocksport in der Volksschule. Simone Stein, eine Sechsfach-Weltmeisterin im Eistocksport, begeistert die Kinder seit einem Jahr eine Aktion in den Schulen hier bei uns im Bezirk. Ja, das finde ich ganz toll, das Angebot. Die Donnerstadt hat immer Vorreiterrolle gehabt und hier in der Brandorgasse wird eine Sportart angeboten. Wie vielen Kindern der Donnerstadt die Möglichkeit bietet, eine neue Sportart für die Freizeit einfach zu betreiben. Das Schöne ist, die Donnerstadt ist ein Sportbezirk. Durch diesen Verein, durch den Stocksport haben wir wieder das Angebot in unserem Bezirk erweitert. Das ist eine schöne Sache und ich denke mir, wir können darauf sehr stolz sein. Vielen Dank.